Hallo und herzlich willkommen. Wie die eingeblendete Karte zeigt, sind wir am Samstag, den 9. Mai 2020, also in Corona-Zeiten, eine Radtour von Hamm-Untrop, unten links auf der Karte zu sehen, über Ahlen nach Beckum geradelt, oben rechts in der Karte zu sehen. In Beckum am Markt war dann unser Umkehrpunkt. Hier noch eine Karte eingeblendet, noch für einen allgemeinen Tipp bei der Anfahrt über die A2. Ab der Autobahnanschlussstelle Hamm-Untrop. Wer sich noch verpflegen will, der sollte den Biohof Tante Malchen an der Dolberger Straße besuchen. Dort gibt es leckeren Kuchen und wenn sie Sonnen ist, gibt es dort auch leckeren Bio-Spargel. Im Video starten wir die Tour nun in Beckum am Markt, denn wir sind die Strecke hin und auch wieder zurückgeradelt. In Beckum am Markt, den es gerade zum Beginn des Videos zu sehen gab, haben wir uns Eis und Kaffee Togo gegönnt. Wegen Corona-Zeiten. Hier im Video geht es jetzt schon mal links von uns. Hinter den Büschen versteckt befindet sich die Verse weiter an der Strecke. Hier an dieser Stelle überqueren wir die Straße Dalmerweg, wo ich allerdings die Radwegeführung etwas bemängeln muss. Ab hier gelangen wir in den Westpark. Bei der Durchquerung des Westparks kommen wir an dem Kriegerehrenmal vorbei. Auf der Rückfahrt von Beckum ausgehend haben wir drei Abstecher gemacht. Dazu gebe ich dann später an der entsprechenden Stellen noch genauere Informationen. Während wir hier in der wunderschönen Strecke rechts zur rechten befindet sich die Verse. Ihr könnt ja, wie gesagt, ich denke das hat sich herumgesprochen, hier in meinen Videos. Das sind 360 Grad Videos. Da kann man sich den Bildausschnitt selbst auswählen. Also mit der Maus auf das Video klicken, die Taste festhalten und dann die Maus bewegen und dann könnt ihr euch den Bildausschnitt ansehen. So, vielleicht noch etwas kurz, ein bisschen was zur Stadt Beckum. Die Stadt Beckum liegt eingebettet in einer Hügellandschaft, umgeben von fruchtbaren Äckern, saftigen Wiesen und stadtlichen Wäldern. Der Hügelzug um die Stadt herum, die Beckumer Berge, gehören zu den wenigen Erhebungen in der flachen Münsterländer Parklandschaft. Im Zentrum dieser Erhebung befindet sich eine Senkel. Sie bildet auf natürliche Weise eine Quellmulde und ist Ursprung zahlreicher Bachläufe und Tümpel. Die Wasser sammeln sich hier und verlassen als Verse das Hügelland nach Westen, um in die Ems und schließlich in die Nordsee zu gelangen. Ihr geschlängelter Lauf ziert das Beckumer Stadtwappen drei silberne Läufe auf rotem Grund. Nach ca. 1,7 Kilometer biegen wir auf die Straße an der Wesermühle nach rechts ab. Dies ist unser erster Abstecher. Hier wollen wir auch die Blaue Lagune erradeln. Die Blaue Lagune ist mal ein Kalksteinbruch gewesen. Das Wasser der dort nun entstandenen kleinen Steinbruchseen hat eine sehr schöne türkisartige Farbe. Als der Kalksteinabbau 1996 beendet wurde, hat man dieses Gebiet sehr naturnah entwickelt. Es galt dort standortgerechte Büsche und Schilfzonen in den Seen anzusiedeln. Das bietet vielen Tieren und Pflanzen wieder gute Voraussetzungen, sich hier anzusiedeln. Es kommen dort mehr als 70 Vogelarten aktuell vor. An dieser Stelle biegen wir jetzt auf einen Mittelweg ein, der von West nach Ost oder Ost nach Fest, je nachdem wie man das sehen möchte, von wo aus man kommt, genau zwischen den zwei größeren Seenteilen hindurch führt. Also rechts und links von uns jetzt hier im Video findet ihr dann eigentlich die Seen gleich. Das hier ist noch kurz ein Zubringerweg, aber gleich werdet ihr dann die Seen auch sehen können, auch vom Video aus. Ja, ich habe jetzt auch hier mal die Strecke ein bisschen langsamer laufen lassen im Video. In der Regel mache ich ja die Videos hier in der Herstellung oder beziehungsweise in der Endfertigung mit Zeitraffergeschwindigkeit von circa 4,5-facher Originalgeschwindigkeit. Ja, wie ihr jetzt gerade seht, wir sind jetzt hier an den Seen angekommen. Ihr könnt ja mit dem, wie gesagt, das ist ein 360-Grad-Video, ihr könnt ja schwenken, wenn ihr möchtet. Das wisst ihr ja, habe ich ja vorhin schon mal gesagt. Könnt euch rechts und links, natürlich auch, könnt ihr mich auch sehen, wenn ihr das wollt. Ja, könnt ihr euch hier ein bisschen die Landschaft anschauen. Natürlich ist es hier stellenweise bedeckt, beziehungsweise verdeckt durch die Büsche und Sträucher, die jetzt hier langsam heranwachsen. Wie gesagt, der Steinbruch ist ja, glaube ich, seit 1996 stillgelegt. Und ja, dementsprechend ist man ja hier am Werk, das Naturbelassen heranwachsen zu lassen. Ich habe im Netz ein paar Informationen dazu gefunden. Man kann hier natürlich auch herumwandern. Das soll so circa eine Stunde lang dauern. Ja, wir sind jetzt durch. Wir sind jetzt quasi am Westteil angekommen. Von den zwei Seen. Und ja, jetzt habe ich das Video ein bisschen wieder schneller laufen lassen, weil das sind jetzt hier so Strecken an der Straße entlang, die ich eigentlich nicht so toll finde. Und deshalb auch ein bisschen uninteressant finde. Ist natürlich gut für die gesamte Streckenführung. Die Leute, die sich über die gesamte Strecke ein Bild machen wollen, lasse ich es natürlich drin. Ja, wir erreichen jetzt hier wieder den eigentlichen Verse-Radweg, den Verse-Ufer-Radweg, genauer gesagt. Ja, das ist ja das, was ich hier eigentlich so ganz toll finde, an diesem Radweg, an der Verse entlang. Also zwischen Ahlen und Beckum führt der wirklich fast immer direkt am Ufer der Verse entlang. Diese ist natürlich wieder renaturisiert worden. Vor vielen, vielen Jahren, ich will mich da jetzt nicht genau festlegen, sind wir hier schon lang geradelt. Mag zehn oder acht oder zwölf Jahre her sein. Ich nagel mich jetzt nicht fest. Da haben wir noch miterlebt, als wir hier mit noch unseren Nicht-E-Bikes, eigentlich falsch ausgedrückt, Pedelecs, wir haben ja keine E-Bikes, die muss man ja versichern. Lang geradelt sind, sind diverse Abschnitte hier eigentlich gerade frisch angelegt worden. Man sieht hier auch links noch die relativ jungen Bäume und sind noch relativ klein. Ja, ich werde es wohl nicht mehr erleben, schätze ich mal, zumindest nicht per Rat, dass die mal richtig groß sind. Und dann auch an heißen Sommertagen hier wunderschönen Schatten spenden. Ja, haben wir wie gesagt damals noch erlebt, wo hier in der Verse die Bagger standen und ja, die Abschnitte hier renaturisiert haben, sodass die Verse hier nicht in so einer Art Zwangsbett, was begradigt war, entlang fließen musste. Ja, ihr seht auch, es sind hier auch immer öfters mal Querstraßen, man muss also schon ein bisschen aufpassen. Ja, jetzt hier mal wieder ein wunderschöner Abschnitt, wie gesagt, ich habe diese Abschnitte jetzt hier an der Verse mal nicht so schnell laufen lassen im Zeitraffer. Die laufen jetzt hier nur mit circa zweifacher Geschwindigkeit. Ja, ich weiß, wir sind ein bisschen old school unterwegs mit unseren Pedelecs und ja. Wir genießen natürlich die Gegend. Ihr wisst ja, meine Frau und ich, wir sind Naturfans. Ja, hier jetzt wieder ein Abschnitt, den man natürlich wieder mit Bäumen gesäumt, bepflanzt hat. Ja, ich denke mal, dass diese Bäumchen da jetzt auch schon wieder, ja, es kommt ja hin, was ich vorhin gesagt habe, so acht oder zehn Jährchen stehen. Weil Pflanzbäumchen sind um die Hälfte gut, um die Hälfte kleiner. Das ist ja auch immer eine Frage des Preises. Ja, schön wäre es natürlich, auch wenn man hier solche Stellen doch etwas dichter bepflanzt. Aber gut, weil wir mögen es nicht in der prallen Sonne bei 40 Grad zu radeln. Ihr wisst ja, wir hatten schon einen heißen Sommer und ja, das ist natürlich blöd, wenn man dann so einen wunderschönen Weg doch immer mal auch zu lange offene Stellen hat. Dann macht es ja nicht so viel Spaß bei 40 Grad entlang zu radeln. Ja, hier jetzt wieder so ein Stückchen, was urig bestanden ist, mit wohl schon deutlich älteren Baum- und Buschbewuchs. Und schon ist man wieder im offenen Teil. Gut, es hat natürlich auch immer zwei Seiten. Solche offenen Stellen bieten natürlich jetzt auch immer mal noch einen Blick in die wunderschöne, herrliche Parklandschaft, wie es immer so schön beschrieben steht, in den Internet-Texten, die man hier über die Landschaft finden kann, über dieses Münsterländische typische Landschaftsbild. Aber wie gesagt, wir lieben hier solche urigen Bewuchsbestände an der Verse. Übrigens, ja, noch was zu den Natur-, Flora- und Fauna-Fans. Also, ornithologisch ist es hier, hatte ich mich sehr, sehr, sehr gewundert. Ich hatte mir eigentlich gar nicht viel erhofft, hier hören zu können. Ja, hier seht ihr wieder die Bäumchen, die sicher auch vom letzten Jahr von der Trockenheit sehr mitgenommen sind. Also, wäre natürlich auch schön, wenn man die mal gießt. Ihr habt ja gesehen, manche scheinen es wohl nicht geschafft zu haben, der ein oder andere Baum. Ja, was ich noch zur ornithologischen Seite sagen möchte. Also, wir haben sehr viele sehr interessante Vogelstimmen gehört, da ich ja auch Hobby-Ornithologe bin. Weiß ich nicht, ob ich es schon mal erwähnt habe. Ja, sei es drum, an dieser Stelle noch mal erwähnt. Meine Frau ist, wie gesagt, ornithologisch ganz gut drauf und auch vor allen Dingen botanisch. Ja, hier rechts und links, was ihr im Video seht, sind sehr viele Pusteblumen. Wir sagen immer Pusteblumen, aber besser bekannt unter Löwenzahn, der natürlich dann seine Blüte vorbei hat schon. Und diese Samenstände, das sind dann diese Pusteblumen, wo dann die Samen als kleine Fallschirme quasi dann durch die Gegend fliegen und sich hier natürlich verteilen. Daran seht ihr auch, weil es so viele hier sind, übrigens hier mal ein Unterstand. Da war wohl gerade jemand vom Amt und hat wohl zu Corona-Zeiten dort mal wieder irgendwie die Leute ein bisschen drauf aufmerksam gemacht, dass man da nicht unbedingt sitzen soll. Ja, dass ich das da frei entfalten kann und verteilen kann. Ja, hier wieder so einen schönen, urigen Abschnitt. Ich sage mal, manchmal, es gibt so ganz, das finde ich total toll, wie hier manchmal, sieht es so aus, als wenn man durch so ein Gewölbe fahren würde. Ja, also die grüne Hölle. Ja, und wieder mal eine Querstraße, also immer ein bisschen schauen. Es ist ja, oder dürfte ja nicht ganz unbekannt sein, dass es immer mal irgendwelche Leute gibt, die schnell unterwegs sind. Ja, hier an der Stelle gab es die Facelia zu sehen. Das ist so eine Art Bienenfreund, womit die Bauern denn auch schon mal ihre, hier mal eine Nahaufnahme, so wie die Pflanzen aussehen. Ich fand sie sehr schön, das war so ein Ackerrand, der da mit gepflanzt war, wohl von den Bauern. Habe ich so noch nicht gesehen, fand ich aber ganz toll, dass die Bauern das machen. Ich glaube auch zu wissen, dass die Bauern, wenn sie das machen, um wegen, weil auch das, hier seht ihr auch noch links, könnt ihr das sehen, die ganze Strecke hier, das Stück entlang mit Facelia bepflanzt, dass die Bauern da auch eine entsprechende Entschädigung bekommen, wenn sie den Ackerrand damit bepflanzen, weil ich denke mal, mittlerweile hat es sich ja umgesprochen, dass wir ein Insektensterben haben. Und auf die Art und Weise will man ja der Sache da ein bisschen entgegensteuern. Ja, wie ihr seht, der Weg ist nicht allzu breit zum Radeln, vor allen Dingen bei Fahrradfahrerbegegnungen, aber auch Fußgängern ist das natürlich ein bisschen zu Corona-Zeiten ja nicht so ganz unproblematisch, wie ich finde. Gut, ich sage mal, die Videos hier werden sicher länger im Netz stehen, als vielleicht Corona dauern wird. Aber wenn es vielleicht auch ein, zwei Jahre dauern wird, bis Corona vielleicht besiegt sein wird. Und dieser Text und das Video wird wahrscheinlich hier länger drin stehen, aber ja, wir haben nun mal gerade Corona-Zeiten und ja, man muss halt schon ein bisschen gucken. Ich versuche immer, Abstand zu halten, so gut es geht. Ich fahre dann auch sehr weit rechts. Nicht immer halten sich die mir entgegenkommenden Leute daran, die auf dem Rad sind. Ich finde, die fahren manchmal dann auch ein bisschen weit in der Mitte. Na gut, man kann es leider nicht ändern, wenn es denn manchmal zu nah zu mir hin ist, dann sage ich auch schon mal laut, bitte Abstand halten. Aber gut, hier auf diesem doch recht schmalen Verse-Radweg lässt sich das Style dann nicht ganz vermeiden. Ja gut, ihr könnt natürlich auch, weil es ja ein 360-Grad-Video ist, sehen. Ich fahre natürlich jetzt hier nicht mit Mundschutzmaske, Atemschutzmaske herum. Man will ja auch die schöne, gute Luft hier genießen. Ja, hier wieder ein etwas offener Abschnitt. Natürlich hat das auch seine Vorteile, wie ich vorhin schon mal sagte. Man kann hier dann auch mal in die Landschaft schauen. Ja, hier übrigens einer der ganz wenigen kleineren Hügel, die es hier entlang der Versestrecke gibt. Und ja, an dieser Stelle war es auch ein bisschen blöd. Ich bin dann links vorbei. Ja, und da ist die Teerkante doch ein bisschen, ja, ein bisschen sehr eckig. Muss man aufpassen. Gut, hier in diese Fahrtrichtung ging es auf dem Hinweg. Wir haben ja in Hamm-Üntrop geparkt beim Gut Sternhof oder wie es auch immer heißen mag. Diesen riesen Parkplatz werdet ihr am Schluss dann sehen. Natürlich zu Corona-Zeiten war das Parken dort überhaupt kein Problem. Der Parkplatz ist riesengroß. Ich kann mich erinnern, dass wir diese Tour auch schon mal gemacht haben. Und ich habe mir den Parkplatz da mal angeschaut. Bei der letzten Tour im letzten Jahr. Und also der Parkplatz war dann schon etwas voller. Aber ihr werdet dort immer einen Parkplatz finden. Also da bin ich von überzeugt. Selbst wenn Corona-Zeiten vorbei sind. Ja, hier wieder ein sehr schöner baumbestandener und duschbestandener Abschnitt. Ja, nochmal zu den Vogelstimmen und ornithologischen Liebhabern. Also wie gesagt, es war sehr viel los. Wir sind uns auch nicht ganz sicher, ob wir nicht vielleicht auch Nachtigallen gehört haben. Es hörte sich im Ansatz teilweise so an. Kann aber natürlich auch der Sprosser gewesen sein. Da wir das hier in unserer Heimatgegend nicht so oft hören, also in unserem Garten schon mal gar nicht. Dort fliegen immer meistens nur Meisen, Buchfinken. Ja, sogar, muss man allerdings sagen, eine Sumpfmeise. Ja, was noch. Früher hatten wir sogar mal Kernbeißer. Ja, aber wie gesagt, da wir die nicht bei uns im direkten Umfeld haben, hat man die Stimme dann auch nicht so immer parat. Dann muss man sich schon mal nochmal eine Vogelstimmen-CD anhören und nochmal kontrollieren. Ja, an diesem Samstag, jetzt muss ich nochmal gerade gucken, im Mai 2020, das war der 9. Mai, an dem wir die Tour gemacht haben, war es sehr schönes Wetter. Ja, wir hatten fast schon so um die 23 Grad und wir haben die Tour geradelt am Samstag ausnahmsweise mal, weil es ab Sonntag dann schon wieder deutlich schlechteres Wetter geben sollte und auch ein deutlicherer Temperatursturz. Gut, im Nachhinein haben wir festgestellt, am Sonntag war es nicht sehr viel kälter als am Samstag, aber es war dann doch schon wettermäßig nicht mehr so schön wie heute. Ihr seht ja, die Sonne scheint. Gut, es war ein bisschen dunstig am Himmel, aber eigentlich ideal für Leute, die nicht so sonnenhungrig sind wie wir. Wir sind da jetzt keine Sonnenanbeter und eigentlich war es von den Temperaturen ideal und auch es war nicht zu windig und wie gesagt, es war ein bisschen die Sonne gefiltert. Man muss ja immer ein bisschen aufpassen. Ja, ich verstehe auch manche Leute nicht. Es gibt vieles über Hautkrebs. Gut, alles redet nur noch von Corona, aber man darf das nicht vergessen. Die Sonne hat sehr viel Kraft und unsere oberen Luftschichten sind auch nicht mehr die besten. Aber gut, muss jeder schauen, wie er das selber für sich am besten regelt. Ja, hier sieht man mal rechts ein bisschen die Verse, ja so ein bisschen mehr kanalisiert. Wir sind jetzt hier auch schon bei Hamm, im Grunde genommen, nee Quatsch, von Aalen. Richtig, das ist Aalen im östlichen Teil. Dort gab es mal die Zeche Westfalen und die wollten wir uns nochmal anschauen. Im letzten Jahr hatten wir uns die schon mal angeschaut. Und da gibt es wohl auch eine Gaststätte, also wäre sich da nochmal, allerdings natürlich jetzt gerade zu Corona-Zeiten nicht offen. Denn leider war es gerade zu dieser Zeit, am 9. Mai, wo wir gerade sind, der aktuelle Stand für die Lockerung der Corona-Maßnahmen, so dass ab Montag erst wieder Gaststätten aufmachen dürfen. Also war es am heutigen Samstag, zwei Tage zuvor, leider noch alles geschlossen. Aber wir wollten uns trotzdem nochmal anschauen, was sich vielleicht dort wieder mal geändert haben sollte. Einfach mal der Neugierde halber. Ja, man sieht hier auch rechts und links die Bäumchen. Ihr seht aus, recht schön sonnig. Ja, und wir sind jetzt hier an dieser Gaststätte, an dieser Location, ja, angekommen. Ja, hier die Karte eingeblendet, wo das ist, ne, diese Zeche Westfalen. Hier ein Foto habe ich noch gemacht. Ja, schade, dass man dort nicht hoch, hier übrigens links noch ein paar Lohren als Grundstücksbegrenzung zu sehen. Sehr schön, sehr schön. Aber ich denke, das Gebiet wird sich noch entsprechend, ja, von den Geschäften oder Geschäftitäten, die sich dort ansiedeln werden, wird sich noch sicher in den kommenden Jahren einiges tun. Und mal schauen. Vielleicht werde ich ja auch hier und da nochmal das Video aktualisieren. und dann werdet ihr sehen, was es dort alles gibt. Ja, wir waren jetzt hier natürlich im südlichen Teil, im nördlichen Teil sind, glaube ich, schon einige Geschäfte angesiedelt, aber auch, ja, Organisationen oder was weiß ich. Ich habe da, kann man natürlich in Google Maps gucken, dann sieht man das, wenn man näher reinzoomt. Und wir fahren jetzt allerdings, beziehungsweise radeln wieder zurück zur Verse. Und ja, schade, hier ist jetzt nicht unbedingt ein Radweg, weder markiert auf der Straße, eingezeichnet. Hier war wohl auch mal eine Brücke für die Eisenbahn. Und ja, gut, ich sage mal so, für einen Samstag, ich weiß nicht, wie es an normalen Werktagen ohne Corona aussieht, ist jetzt hier nicht allzu viel Verkehr. Das kann man dann schon mal machen. Ihr wisst ja, ich bin da nicht großer Fan von, an der Straße lang zu radeln. So, hier beginnt wieder der Radweg. Rechts war gerade das Schild zu sehen. Der Verse-Radweg, übrigens, rechts entlang geht es weiter, an der Verse entlang, wunderschön, in Richtung Aalen. Und man kann auch ein Stück weiter westlich von Aalen noch an der Verse parallel fahren. Ja, der Radweg geht natürlich weiter noch bis Münster. Aber da zähle ich vielleicht gleich später noch was dazu. Ja, hier war der Bauer leider unterwegs. Und diese Krümeln, die sind ganz schön hart, die der, das Fuhrwerk da wohl verloren hat oder da festgefahren hat, wie auch immer, nicht so schön. Ja, leider muss man dann hier einen kleinen Schlenker machen. Ja, das ist die alte Bahntrasse hier, die, wie ihr ja natürlich seht, als Radweg jetzt ganz toll gemacht ist. Linke Hand ist übrigens noch der Vers-Radweg, auf dem wir vorhin gerade noch waren. Bevor wir den Abstecher gemacht haben zur Zeche Westfalen. Ja, dieser ehemalige Bahntrassenweg, der nun Radweg ist. Ja, hier hat leider mein Gimbal seinen Dienst aufgegeben. Der Akku war leer. Da musste ich mal gerade anhalten und die Batterie wechseln. Und schon geht es weiter. Ja, dieser, dieser kleine Abschnitt ist, glaube ich, so bis runter zum Kanal bei Hamm. Also kann man sehr gut als Verbindungsstück verwenden zwischen dem tollen Verse-Radweg hier bei Ahlen und vom, ich glaube, Datteln-Hamm-Kanal ist das. Erst unten bei Hamm, das ist dann östlich von Hamm, kann man diesen Radweg sehr gut, also diese ehemalige Bahntrasse als Verbindungsweg verwenden. Übrigens auch sehr viel ornithologisch los, hier jetzt nicht ganz speziell, aber natürlich überquert dieser Radweg später auch die Lippeauen. Und dort auf der Brücke, da sind dann auch Gucklöcher, sage ich jetzt mal, in der Brücke. Und da kann man ganz toll auch in die Abbruch-Uferkanten schauen. Es soll dort auch Uferschwalben geben. Aber gut, werde ich später sicher noch mal was zu erzählen. Ja, und dort, von dort aus ausgehend, von dieser Brücke nach Norden und nach Süden, so 1, 2, 3, 4 Kilometer, hört man auch sehr viele Vögel. Wie gesagt, sehr interessant. Wir sind uns nicht ganz sicher, ob wir auch Nachtigallen gehört haben. Aber man hört natürlich auch Mönchgrasmücken, andere Vögel, ganz toll und landschaftlich, wie ihr seht, ist es natürlich auch ganz toll. Nachteil ist, ein kleiner Wermutstropfen, es geht gleich später auch ein bisschen kontinuierlich bergauf, weil da gibt es dann auch eine Bergkuppe. Ja, diese Bergkuppe ist hier laut Google Maps auf dem Stück zwischen Aalen und dem Gut Sternhof oder Sternberg, circa 2 Sternholz, so, Entschuldigung, Gut Sternholz, circa 22 Meter hoch zu erradeln. Also, dieser Anstieg, der dort ist, der dürfte ab jetzt hier an dieser Stelle losgehen, langsam. Ja, im Video sieht man das nicht ganz so, aber, ja, wenn man dort auf der Strecke ist, dann merkt man das schon. Ja, das Stückchen ist so knapp 1,5 Kilometer lang und geht jetzt kontinuierlich berghoch. Das letzte Drittelchen geht sogar noch ein bisschen steiler hoch. Hier ist es noch relativ moderat. Ist aber alles im Rahmen der DB bzw. der Bundesbahn oder der Bahn. Die Strecken sind ja erbaut worden, bevor es die DB gab. Da ist das, glaube ich, noch Reichsbahn. Also, mehr wie 2, 3 Prozent ist das nicht. Ja, hier rechts übrigens auch mal einen Ausguck, einen Hochstand, um in die schöne Landschaft schauen zu können. Wer es mag, kann ja da hochgehen. Ich war der Meinung, von unten aus sah es so aus, dass der Blick, der interessant gewesen wäre, nämlich in Richtung rechts hier von unserer Fahrtrichtung, von diesem Hochstand, eigentlich durch Bäume der Blick verwehrt oder zu, gar nicht zu erblicken gewesen wäre. Deswegen, sonst wäre ich da vielleicht auch mal hochgegangen. Ja, hier, glaube ich, ab hier wird es jetzt auch ein bisschen steiler. Aber wie gesagt, mehr als 2 bis 3 Prozent wird es nicht werden. Und mit den Pedelecs ist das eh nicht unbedingt das Problem. Ja, allerdings auf dieser Tour, die wir hier hin und zurück geradelt sind, so roundabout knapp 40 Kilometer. Ja, da habe ich dann doch schon nur noch am Schluss von 4 Akku-Ladezustandsbalken, 1 bis 1,5 Balken gehabt. Also, ja, gut, das sind jetzt auch nicht die allerstärksten Bosch-Akkus, die es da gibt in dieser Größe. Ich weiß jetzt nicht, wie viel Watt-Ampere-Stunden dieser Akku da hat, aber den gibt es, glaube ich, auch noch in einer Stufe höher. Aber, naja, und ihr wisst ja, ne, wenn ihr euch umschaut, ähm, mit der rundum 360-Grad-Kamera, äh, diese, diese, diese Rädler, die wir hier haben, das sind auch nicht wirklich unbedingt gerade die leichtesten, ne, äh, Pedelecs. Ich meine, die Dinger wiegen so um die, ähm, 28 Kilo mit, äh, allem drum und dran, was wir da noch so unterwegs, äh, an Zuladung. Ich muss ja auch immer einiges an Akkus mitschleppen und, äh, Kamerazubehör und tralala und, äh, ja, das läppert sich alles, ne, und Jacken und, was man so alles braucht, ne, wenn man ein bisschen älter ist. So, hier erreichen wir jetzt auch, äh, die Brücke von der Allee-Straße, ist eine ziemlich schnurgerade Landstraße, die Richtung Beckum geht. Das ist sozusagen hier quasi der Scheitelpunkt, äh, ab hier geht es jetzt in Fahrtrichtung dann auch gleich langsam wieder bergab, was dann natürlich sehr angenehm ist. Ja, ihr seht, ne, diese, diese alte Bahntrasse hat natürlich den schönen Vorteil, äh, dass sie, äh, rechts und links sehr schön dann auch, ähm, mit, äh, Natur, beziehungsweise, ja, Bäumen, Sträuchern, etc. zugewachsen ist mittlerweile. Und, äh, das spendet natürlich, ähm, wunderbar Schatten und gibt auch sozusagen ein, eine Art, äh, ja, wenn man so will, Mini-Biotops-Klima. Ja, ja, wir sind jetzt, wie gesagt, bergab unterwegs und ich will jetzt gerade mal schauen, hier in, äh, Google Maps, wie gesagt, vom Scheitelpunkt sind es jetzt noch ungefähr 1,8 Kilometer. Und dann erreichen, erreichen wir die vorhin besagte Brücke, äh, die dann über die Lippe, äh, zwischen Dolberg und Üntrop führt, ähm, das hier ist sie nicht, ähm, die kommt noch, so schnell geht das nicht mit 1,8 Kilometern. Äh, ähm, ja, sind hier natürlich auch so ein paar Brückchen, die für die Bauern hier gedacht sind, die hier ihre Felder haben, in den Lippeauen hier, inzwischen Dolberg und Üntrop, äh, die müssen ja auch irgendwie zu ihren Äckern kommen können, ne, von daher, ja, hier nochmal eine schöne Picknick-Gruppe, wo man sich dann hinsetzen kann und, äh, picknicken kann. So, äh, ja, hier, wie gesagt, der Abzweig jetzt, den wir machen wollen, den Schlenker, um, ähm, zu einer ganz anderen Ecke zu kommen, und zwar, das sind die, äh, direkt an der Lippe entlang, ein wunderschöner Radweg, äh, das Uber, Uber, jetzt muss ich mal kurz genau ablesen, Oberer, was, Oberweriser Mersch, Oberweriser Mersch, genau, das ist, ähm, auch so ein, äh, Naturbiotop, äh, was man hier wohl schon seit einigen Jahren erschlossen hat, dazu müssen wir allerdings einen kleinen Abstecher nach Dolberg machen. Ja, mir fällt gerade auf, sorry, ähm, diese schöne Lippebrücke, äh, mit den alten Lippeauen erreichen wir hier auf diesem Weg nicht, die haben wir auf dem Hinweg erreicht. Also, wie gesagt, wenn ihr da vorhin an der Stelle, wo wir abgebogen sind, weiter gerade ausfahrt, dann kommt ihr nach ein paar, äh, hundert Metern, kommt ihr dann zu dieser, äh, Lippeaubrücke, na, wo ihr dann durch, äh, Gucklöcher, da die Abbruchkanten euch anschauen könnt. Kann ich nur sehr empfehlen, ähm, wir haben durchgeguckt, wir haben leider keine Uferschwalben gesehen, äh, was da alles vorkommt, ist dann da auch beschildert. Ja, sorry for that. Wir sind jetzt hier, wie gesagt, ähm, unterwegs und machen hier auf unserer Rücktour einen Schlenker. Wir sind hier gerade durch Dolberg unterwegs. Ich habe hier auch so ein paar kleinere Umfahrungen noch schleichwegmäßig gemacht, äh, damit ich nicht da über die doofen Straßen fahren muss. Ja, das seht ihr jetzt gerade hier auch, ne, ähm, wird der Weg ein bisschen schmaler, aber was soll's, ne, ähm, das hier ist die, ist so ein, ja, es geht so ein Stückchen hier am Schollbach entlang, aber ihr könnt ja die Tour, ähm, euch, äh, runterladen oder anschauen in Komoot. Ich werde den Link, beziehungsweise dann auf der, äh, YouTube-Seite dazu entsprechend reinstellen und ihr könnt euch das dann anschauen, weil ihr wisst ja, ich bin kein Fan von hier großen Straßenradeln, auch wenn hier ein Radweg entlang geht. Ich mag kein Autolärm und Gestank, ich hab da nicht so großen Bock drauf. Aber gut, dieses Stückchen ließ sich jetzt hier nicht, leider nicht so, äh, wirklich umgehen. Ja, an dieser Stelle, falls ihr das genauso raten solltet, solltet ihr auf der linken Fahrbahn, also, äh, Radweg ruhig weiterfahren, äh, denn das Stückchen hat sich hier nicht wirklich gelohnt, weil ich jetzt gleich hier wieder links abbiegen muss, äh, um dann hier auf den Haarener Weg zu kommen, dort wo der weiße Pkw und der rote jetzt sind, wie ihr seht, und der Radweg, der geht eben, ist zwar gegen die Fahrtrichtung, ist aber nur ein kurzes Stück. So, und jetzt geht's im Grunde genommen hinunter, etwas, äh, bergab, weil, ist ja klar, die Lippe liegt ja, ähm, logischerweise ein bisschen tiefer, als die umliegenden Berge und Landschaften hier. Von daher ist es relativ einfach abzufahren und das Stückchen ist Gott sei Dank auch nicht allzu lang, ne, also, ähm, äh, ja, wie viel Meter, paar hundert Meter, ne, dürften das nur sein und, auch wenn's jetzt hier eine etwas schmalere Landstraße ist, also nehme ich das auch mal dann kurz in Kauf. Ja, hier sind wir dann schon über die Lippe geradelt, hier die Brücke und dann geht's auch direkt rechts hier jetzt direkt an der Lippe entlang. Wie gesagt, ist auch ein sehr interessantes Gebiet, hier nochmal die Karte, wo wir uns gerade befinden, ähm, dieses Gebietchen wollte ich dann nochmal so ein bisschen durchradeln, einfach, weil es landschaftlich sehr schön ist, ähm, werdet ihr nachher sehen, wir biegen dann links ab, um dann auch wieder, äh, Richtung, äh, Datteln-Hamm-Kanal zu gelangen, äh, weil, wie gesagt, ich wollte hier nur mal einen kleinen Schlenker machen, um dann, ähm, ja, um dieses Gebiet hier mal so ein bisschen anzutesten. Äh, wenn man das übrigens weiter geradeaus fährt, ich sag euch gleich nachher im Video nochmal die Stelle, äh, dann kommt ihr, oder könnt ihr zu der Lippe-Fähre Lupia kommen, oder gelangen, ne, und, ähm, ja, da könnt ihr dann auch, äh, zum Schloss Ober-Oberveris gelangen, so wie dieses, äh, Biotop-Gebiet hier heißt, ähm, dort kann man auch schön Kaffee trinken, wenn nicht gerade zu Corona-Zeiten das leider gesperrt ist, ja, und, äh, war sehr schön, wir haben das letztes Jahr gemacht, da haben wir dort geparkt und, äh, sind von dort aus die Tour gestartet. Ja, ihr seht hier, ne, die Landschaft, äh, links und rechts, sehr schön, in diesem Gebiet hier, Biotop, Biotop-Oberveriser-Märsch, wie es dann hier so heißt, oder wie es sich hier so nennt. Gut, wir sind hier, genießen hier noch ein bisschen die Landschaft, und, äh, ja, ja, hier ist jetzt übrigens die Stelle, hier biegen wir links ab, also ihr müsstet jetzt hier rechts weiterfahren, dann könntet ihr, wie gesagt, zu dieser Lippe-Fähre Lupia gelangen, und, äh, wie gesagt, kurz übersetzen, und direkt dahinter, ähm, ist auch dann dieses Schloss Oberwerris, ja, ich gucke hier gerade in Google, äh, vorübergehend immer noch geschlossen scheint es hier, aber ob das jetzt aktuell ist, ja, ähm, ich habe, wie gesagt, diesen Abzweig hier gewählt, äh, ihr seht, ne, da ist nur ein ganz kurzes Stückchen, hier neben der Landstraße, und dann geht es auch schon wieder auf einen, ja, was ist das, woher, wie wird man das nennen, landwirtschaftlichen Weg, äh, heißt, ich gucke, ich lese gerade ab, hier in Google Maps, Ostholz, also der Weg heißt, oder die Straße heißt, Ostholz, und führt uns jetzt, äh, südlich, direkt runter zum Hamm, oder Datteln-Hamm-Kanal, ähm, ja, wir seht, dass es so ein, geht so durch ein Stückchen Waldgebiet, auch noch, was sehr schön ist, ja, der Weg hier ist allerdings, ähm, äh, man kann es fahren, es ist ja breit genug, äh, ist halt ein Waldweg, oder Waldwirtschaftsweg, würde ich mal sagen, in diesem Abschnitt zumindest, äh, ihr seht, äh, oder ich hoffe, ihr könnt es sehen, sind einige Pfützen und Schlaglöcher hier, hält sich noch in Grenzen, aber man muss schon ein bisschen gucken und aufpassen, wo man langfährt, äh, ich habe auch hier, glaube ich, wieder extra mal für euch, das Video nicht ganz so schnell im Zeitraffer laufen lassen, also das ist jetzt nur mit zweifacher Geschwindigkeit, und, aber es ist halt trotzdem sehr schön, und, ähm, ja, ich finde, man kann diese Tour auch an sehr heißen, äh, Sommertagen machen, ne, ihr seht ja, es gibt hier immer mal schöne bewaldete Abschnitte, die man machen kann, ja, hier jetzt im unteren Teil, weil hier wohl auch irgendwo ein Bauer- oder Zufahrtsweg ist zu irgendeinem Hof, wird es dann ein wenig besser, man sieht ein bisschen Teer durchschauen, ähm, naja, äh, ist halt mal ein Stückchen, ein kurzes, was man in Kauf nehmen kann, und dann ist auch alles okay, jo, hier an dieser Stelle sind wir jetzt schon am Hammel, ähm, Datteln-Hamm-Kanal, oder Hamm-Datteln-Kanal, wie man das möchte, äh, das ist so ein bisschen tricky hier, ne, ihr seht, man muss dann da, äh, äh, rechts vorher abbiegen, sonst könnt ihr auch geradeaus fahren, aber da müsst ihr über die Straße, und das hier ist so ein bisschen der Schleichweg, um dann hier auf den direkt am Ufer befindlichen Uferradweg des besagten Kanals zu radeln. Ja, wir müssen das auch nur dieses Stückchen, ein kurzes Stückchen radeln, um, äh, nach einigen hundert Metern dann, ähm, wieder abzuwiegen, genauer gesagt sind es 440 Meter raunebaut, und dann geht der Weg auch, äh, wieder wunderschön ab, äh, in Richtung des Bahntrassenradwegs, und des Gut Sternholz, äh, äh, was übrigens, ähm, ja, auch eine Sauna und Kaffee und Tralala hat, aber letztes Jahr wollten wir da, hatten wir da auch gedacht, wir könnten da mal Kaffee trinken, aber ich glaube, das ist irgendwie mehr oder weniger nur so Mitgliedern, äh, aber es ist wohl sehr schön, und ich denke mal, ähm, ähm, wer denn mal da so ein Wellness-Wochenende machen will, ich glaube, das muss man dann vorher buchen, und dann ist alles gut. Gut, ja, wir sind jetzt, äh, glaube ich, auch schon hier wieder im Video abgebogen, auf diesen alten Bahntrassenradweg, äh, der beginnt hier, äh, unten quasi an diesem Kanal, und ihr seht, ne, schon hat man wieder diese typischen rechts und links, äh, Buschbäume, äh, Busch und Baumbestand, der irgendwie doch so, äh, gerade bei Sonnentagen oder heißen Sommertagen sehr schön Schatten spendet und abschirmt. Ja, mal ein bisschen dünner, und hier ist noch ein bisschen jung, ne, wie gesagt, dieser Radweg ist auch noch nicht, glaube ich, allzu alt. Oder besteht noch nicht allzu lange. Ja, schade, man hätte es ein bisschen breiter machen können, aber das sind halt Nebenbahnen, ne, oder so, äh, Güterverkehr. Ja, hier müssen wir noch mal kurz eine Straße überqueren. Äh, das ist hier der alte Üntropperweg, äh, den muss man dann mal queren. Ich kann mich da noch schwach dran erinnern. Vor vielen, vielen Jahren, dürfte, wie gesagt, so acht oder zehn Jahre her sein. Äh, da haben wir mal den Anfang uns einfach nur anschauen wollen, weil ich dort schon gelesen habe, damals im Internet, dass hier ein, äh, Fahrradweg auf der alten, äh, Bahntrasse entstehen sollte. Und da waren da, glaube ich, noch teilweise Bahngleise, äh, zu sehen. Und da konnte, äh, naja, man kann sich das immer dann noch so etwas schlecht vorstellen. Ja, übrigens, äh, wollte ich noch gesagt haben, wahrscheinlich werde ich das Video gar nicht mit Musik unterlegt haben, weil es auch immer in der Herstellung ein bisschen, ähm, aufwendig. Ich muss dann immer lange suchen oder beziehungsweise immer wieder gucken nach GEMA-freier Musik und dann muss man wieder gucken, findet man das Passende, ne, meistens habe ich da nicht geguckt, groß, viel Lust, da immer nachzusuchen. Ja, wir kommen jetzt auch gerade noch an einer Stelle, weil wir hatten noch unser Picknick mit, beziehungsweise einen Kuchen. Und da haben wir eigentlich noch eine Stelle gesucht, wo wir vielleicht noch kurz, bevor wir gleich unseren Parkplatz erreichen, noch schön hier im kühlen Grün, auf einer schönen Bank noch, unser, unseren leckeren Kuchen. In Corona-Zeiten ist das ja alles ein bisschen doof, und man muss alles mitnehmen, ne. So, wir erreichen gleich unseren Parkplatz, ähm, am Gut Sternholz, nicht vergessen. äh, und auch noch, ähm, daran denken, A2, äh, für die Bio-Kost-Liebhaber, kurz hinter der Abfahrt. Ich wünsche euch viel Spaß beim Nachradeln und verabschiede mich hiermit viel Spaß und bis bald mal. Und Tschüss!